Willkommen, Sie sehen hier Giuseppe aus der Kollektion Black Label von Willi Schillig. Eine Garnitur im Leder True Nature, was ganz besonderes im Vintage Look mit einem versteckten Easy Glider. Ich mache mal den Rücken erst hoch, der geht nämlich auch elektrisch hoch und fahre dann vor. Es ist kein Easy Glider, sondern ein Airgus Glide Plus, Luxusbeschlag, der jetzt noch nach außen fährt und damit noch mehr Länge kriegt. Also auch für große Leute hier viel Platz zum Liegen. Oben ist die Gruppe Soft, die hat eine Sitzmatte integriert. Hier geht der Rücken. So fährt der Inkliner, wie man ihn nennt, ein. Runter damit und Sie sehen nichts, Sie sehen nicht, dass hier was integriert ist. Das ist das Schöne. Toll verarbeitet hier mit Biese. Wirkt alles sehr hochwertig, ist es auch, weil Black Label ist die Edelschiene von Willi Schillig. Und damit werden auch die besten Materialien verwendet. Hier bei diesem Element haben Sie auch irgendwo hier zwei Knöpfe. Da ist einer. Und da ist der andere. Und da können Sie dann noch den Rücken verstellen. Bei diesen Elementen, bei diesen drei Rückenelementen geht das mechanisch per Rasterbeschlag. Die Garnitur stand so auf der Messe, kostet ungefähr die Hälfte vom normalen Preis. Sie haben hier eine wirklich solide Geschichte mit viel Komfort, mit einer kubischen, klassischen Optik, mit Bodenfreiheit und eben diesen Luxussitz. Ich muss es Ihnen noch mal zeigen, weil es einfach so toll ist, wenn ich jetzt den Rücken auch noch hochfahre. Moment. Ja, man hat vier Knöpfe. Jetzt habe ich den richtigen. Man muss nur den richtigen finden. Übung macht den Meister. Und das finde ich halt das richtig Gute, dass jetzt die Länge kommt. Übrigens braucht kein Platz nach hinten. Der Schlitten fährt nach vorne mit Ihnen. Und jetzt kann der Abend kommen. Bleiben Sie liegen. Auf Giuseppe von Black Label. Für Sie. Und Tschüss.